1 1 1 1 Hallo und Willkommen bei Pony Ich bin der Wettbewerb Asyl und ja Madame das Full Clearwalliance Team Wir werden jetzt die Gegner einfach mal weg tryharden, haben wir so gerade so entschieden weil Smythe brauchen wir einfach nicht So, ich bin Fiddlesticks 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 braucht einfach kein Smythe Du kriegst einfach ein bisschen mehr Hilfe gleich am Blue und dann ist gut Kannst euch jetzt mal erzählen wie euch das überhaupt zustande gekommen ist warum ihr damit überhaupt lauft und welche 3 Spiele im Voraus gefallen sind Ja, also meine Damen und Herren, wir hatten ein Trollgame, also haben wir einfach rumgetrollt ich hab ihr die Support gespielt und ich kann die Lisa gar nicht und wir haben übertrieben wir wurden übertrieben einfach gefacewald also wir sind glaube ich 1 zu 19 vernichtet worden Ja, wir hatten 5 Kills Oh ja, tut mir leid, wir hatten 5 Kills Danach hatten wir die Gegner mal wiederbekommen und ich hatte Danach hatten wir die Gegner wiederbekommen wir hatten sie übertrieben und danach hatten wir die Gegner nochmal bekommen und da haben wir richtig getryhardt also sie haben uns unterstellt, dass wir tryhardt sind weil wir hatten eine Dysandra auf der Botlane und ich habe oben Truddle mit CV gespielt und jetzt spielen wir full CV weil wir haben bemerkt, CV ist absolut mega Ich bin der Einzige der aus der Reihe tanzen Ich bin der Einzige der aus der Reihe tanzen Ich muss das zu sagen, ich war ja 5er premade, die waren 5er premade das war Draftpeak und ihr habt die 3 Meldeneinander bekommen Es war nicht mal Draftpeak das ist ja das geile daran Echtlich? Boah, ich werde jetzt immer laut und leiser gestellt Momentchen bitte Oh, da bin ich wieder bei der Daunteer Ich habe sie jetzt einfach mal ein bisschen laut und leiser gestellt Easy peasy So Na, Siggi Na, Siggi Über-Tryharder Verfolgen, Leute, verfolgen Kommt der nächste, der nächste Mach mal einer da CV hin Es muss noch schneller gehen Wir sehen sie You don't need Wads, that's nice Das muss dir bestimmt auf die Eier gehen Oh, das macht Spaß Okay, alle Trevis auf Cold War Meins ist wieder ready Ich habe jetzt gerade sowas Ich mach das, ich grab ihn, ich grab ihn, ich grab ihn Joho Jeho trivial Grab du Bei beat Grab nasus, grab nasus We grab this Er hätte geschmited Schade Nasus hat geschmited Äh Beb Guck mal, wie sie ihn eskortieren, Alter, zum Blubuff. Ihr denkt, das ist Special Tactics oder so? Wir machen Laneswap. Auf der Eier aufs Sau im Prinzip. Laneswap? Ernsthaft? Wir sehen euch! Nennen uns Tryharder, weil wir mit CV spielen und sie machen Laneswap. Super. Ihr meint CV, ihr ist auf cooldown? Oh, ihr meinten seid auch noch. Ihr müsst mich ein bisschen mit eurem CV unterstützen, ne? Ja, machen wir. Wir kriegen 2. Der Sieg, ey. Alter, ich werd hier voll gesungen und guck dir das mal an. Was? Full-Zivil-Team, strikes again, oder was? Null. 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 Oh mein Gott, ey. Ja, CV hat's gemacht. CV hat was platt gesichert. VOP. CV hat was platt gesichert. Haha. Diese neue Meta nach dem Game. Alle gucken sich's an, denken, wow, CV OP, Alter. Ich wollte es damals schon als Fist-Support spielen, aber ich dachte mir, es ist so tryhard. Ja, die können sich nicht mehr in Büschen verstecken bei uns. Ja, es nützt nichts, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Busch flasht. Wofür? Ja, sieh wie Arschlo. Easy peasy, ey. Okay, ich wollte eigentlich schreiben, aber das geht, muss ich jetzt nochmal spectaten. Kein Nasus Top. Hi so, da, hi. Hey, Varus, 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 Varus. Oder hier. Da, unsere Spellt hinter euch nicht empfehlen, bobs. Wird echt noch Barrier. Ja, easy peasy, ey. Ich lücke immer so. Das war ein guter Ding. Ja, danke. Ich lücke euch jetzt in Summono. Vor allem, wie alle Leute auf einmal Toplane. Vor allem, wie alle Leute auf einmal Toplane-CVit haben. Oh, ich kann auch helfen, lieber. Brauchst du noch Hilfe hier? Oh, ich hab gefehlt. Aus Versehen, Ward gekauft. Das war mein Monometer. Nein, wir brauchen schon Wards. Das ist ja eben das geil, wir haben Wards plus CV. Okay, Blue Buffs gemacht. Kann ich nicht klieren. Haben sie Dings geworden? Da ist er. Da ist er. Ja, so, endlich. Genau so ist es bei den Gole. Kann einer da CV machen? Ich will es nicht, weil ich weiß, dass anderes machen wir. Jawohl. Leute, Leute. Ricardo da, da. Ich möge das CV mit euch sein, oder was ist das, ey? Ja. Oh, passt gut. Hat er instant geflasht. Okay, mein CV ist ready, mein CV ist ready. Hat kein Flash mehr, das ist wie der, 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 der. Dup, 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 dup. Ich brauch noch mal Hilfe. Und wenn Nasus kommt hoch. Na da kommt Nasus. Nasus kommt hoch. Kann jemand das schnell zivil machen, da weiß er Bescheid. Nein, braucht ihr nicht. Mike hat uns gemordet. Ja, ich weiß. Iiiiih, jetzt war der Weg zu verbringt. Ich komm von der Laine. Obwohl ich mach kurz 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 kurz. Obwohl, ja, nee, nicht, nicht mehr. Ich hab' den Level 6, ne? Das kommt dann warm. Ja, ich mach doch zum kurz 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 kurz. Warte, ich muss Level 6 werden. Es geht leichter. Ja, ich- die Bedeutung noch nur drei ab und mit Da ist er. Gut gemacht, Lukas. Very good job. Geh back. Ein kurzer. Ja, Level 6. Der Red ist up. Wirst du ready? Ne, ich muss go back. Achso, du meintest top. Schade. Flasher failed. Mach mal bitte eine CV auf meinen Blue-Buff, bitte. Beide Bulls sind ab. Na, Mike, du gehst durch den, ich geh zu unserem. Kannst mir helfen, Lukas? Ne, kann ich nicht. Wenn die kommen, kann ich sie davon abhalten. Dein CV. Da bitte, ich brauch hier CV, Leute. Ich brauch hier CV. Irgendjemand muss CV ready haben. Wir haben es fünfmal, Leute. Ganz im Ernst. Jetzt bitte einmal hier CV. Yeah. Fünf Sekunden. Danke, Leute. Das hat super funktioniert. Ja, wir hatten alle CV auf Cooldown. Echt, euer Ernst? Ja. Selbst I came? Ja, ich hab eben den Blue-Buff. Wir haben doch gerade beide, also die haben beide Blue-Buffs CV. Bist ready, Lukas? Das ist vollkommen egal. Happy Birthday. Katus ist los. Lass nichts. Puschen. Ja, die sind vier Männer auf der Top-Lane. Vier Leute. Also Katus zählt ja. Ja. Schade, schade. Schade, schade. 2 gegen 2 hätten wir die gekriegt, aber nicht zuviel. Nasus gankt zuviel Top dafür, dass sie schon zwei Leute sind. Aber ich hab 35 Minions Jason fehlt sie. Die Kiri sind auch vorne. Da, da, Leute, da, da, Leute. Ja, 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 bin auf'n Weg. Steal Notfalls. Ich mach's jetzt schwer. Ah, Kacke. Der Minion ist noch kaputt. Ja, ihr müsst halt Bot-Lehnen, was machen, Top-Lehnen? Was? Habt ihr Probleme auf der Bot? Nein, aber... Die Kacke, die sind ja schon zuzweil. Können wir hier nichts machen. Man, Varus jetzt in Blubas. Krieg ich noch irgendwie anders die Cooldown von Cleo war jetzt runter? Gab's nicht Items, die auch Summoner- die Summoner- die Cooldown reduzieren? Ja, die Schuhe, aber nur Flash und Ghost. Flash goes teleport. Oh no, no. Wir machen jetzt halt mal hier den Dragon, ne? Mhm. Kann einer Fettiger umhelfen? Wir sind gerade alle bei dir. Also, ich bin gerade bei dir. Okay, Fettig, komm ins Jahr wieder hoch. Oh, fuck. Stealer. Boah, da kommen wir nicht. Karte ist Mist. Da ist der Lukas. Hat kein Flash mehr. Suna hat auch kein Flash mehr. Suna hat mich geflasht. Und die Karte kannst du mit hochkommen? Ja. Ja, ich bin hier. So. Suna max glaub ich den Heal. Ich hab keine Chance da irgendwas zu harassen. Das ist einfach lächerlich, wirst du hier. Was ist denn los ist? Hol sie die. Lass ein Red Bullschen. Kann ich einmal... ...vieren? Bitteschön. Danke. Oh, hier ist Nasus. Das war doch super obvious, ey. Hast du denn eine Flascheflasche? Da hätten sie schon merken müssen. Fuck, wir sind gefegt. Geh rauf, geh rauf, geh rauf, Lucas. Wow. Komm bitte. Es ist scheißegal, wo ich bin. Leute, ich hab keinen Mana mehr. Ja, ich zähle meinen Pott. Alle einfach. Dön, tschüss. Oh, oh, oh. Der Spell war dön, tschüss. So. Jetzt switchen sie zurück, okay. Das macht Sinn. So, dö, 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 dö. Mein Hut ready. Dö, 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 dö. Meine Damen und Herren, falls der Sound irgendwie komisch sein sollte, wir sind gerade auf dem Teamspeak. Wir versuchen da so ein bisschen was rumzuschäkern. Mal gucken, wie es am Ende wird. Ja. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger auch schon, als wenn wir Skype benutzen würden. Ja, nur das Teamspeak macht euch immer laut und weise ganz komisch. Ja, das ist bei mir auch so. Bei mir auch. Ja, bei uns allen so. Und normalerweise macht ein Teamspeak das nicht. Vielleicht wäre es eine gute Idee. Das sind die Skype-Nachwirkungen. Natürlich. Wäre es mit einer, wenn wir irgendwo einen richtigen Skype irgendwo besorgen würden, statt so einen Homeserver a la Mike. Hier noch ein Dings da. Ja. Schade. Pusht miteinander ein paar Zügen. Ich fahr wieder hoch, Lucas. Ich kann nicht dran. Schade, Ricardo. Warte mal, Ricardo, hast du ein bisschen Live? Shit, da sind so viele. Ja, dann hätt ich vorher gemacht, so, oder ey? Ja, dann hätt ich vorher gemacht, so, oder ey? Schade, Ricardo, hätt's mich nie gemacht, glaub ich. Nee, da hätt ich nicht ready. Ich hatte mich, als wir angefangen haben zu kämpfen, geheilt, weil ich Lola war. Wer hat denn nur? Katos. Du, 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 du. Ja, genau, siehst du, wer da kommt? So richtig. Eigentlich müsste ich dafür Nesses kriegen für das Clear Voyage, ey. Das müssen die Beobacht stellen. Der Blue ist ab. Der Blue ist ab, schnell zum Blue Rushen. Fetty bleibt da. looker. Ja, das Rolle? Wunderschön. Das ist schon immer mit dem CV, Alter. Ja, das macht Spaß. Den wir einfach ein bisschen haben ohne Ende. Ich hab CV ready. Nein, wir machen keinen Baron ohne Smite, wenn die alle tot sind, aber kein Sneak-Baron. LOL, ich hab meine Ulti abgebrochen, meine Damen und Herren, für Flash. Oh, ey, dass das geht, ist echt behindert. Ich hab zu früh geflasht, wa? Ja, zu früh geflasht. Das wär so imba gewesen. Oh mein Gott, Jace, du kommst hier ganz sneaky hin. Doch nicht. Fucking Mücke schon wieder, ey. Ja, ich hab' den elektrischen Paddel. Komm, war auch Mittwoch. Hm, ärgerlich, ey, jetzt hab' ich alles auf Google und wegen der Scheiße. Nein. Boi. 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 Wow, da vorne geht's hier, ey. Boi. Dupdupdupdupdupdup. Das passt auf das. Äh, Ghosts haben das, wäre das gut. derivative. Ah, echt schade, Telepod intentionaler Credentialen, Ghosts, das war's. es ist wirklich schade schade Lukas war nicht Lukas ich bin jetzt Lukas schade Wampi ah Lukas hat die Übliche getroffen ja ja es ist sie liebt sich sie liebt Zivi, Zivi! Da! Ihr verliert Karibische, Bitch! Run! Zu früh, Lukas! Ne, Lukas hätte zu mir rennen müssen. Mike, Drang? Dann noch Baron? Dann muss ich erstmal einkaufen gehen. Ja, Nasus wird Zivi. Teilbar dafür, Speer, GG. Jetzt mal shoppen. Showman oracle. Boah, Alter, zweimal Bodyblock hier. Leck mir ein paar Leute. So. Ich muss... Man muss auch sagen, wir setzen Zivi abarmungslos ein, ne? Klar. Wo sie 60 Sekunden wohl dann verlaufen wird, oder? Ne, ne, 54 hab ich noch. Hab ich auch nur. Ich war tryhard, ich hab's geskillt. Oh. Wir haben auch Schuhe mit Niederlehen, wenn man Lernstab und Ruh haben kann. Okay, wie viele Leute sind neulich, wir haben kein Zivi, machen wir ja an der Zivi gehen. Ah, gut, da raus. Ah, gut, da raus. So, 3! Okay, tot. Ich brauch unbedingt jetzt Instant. Wie heißt das? Stundenglas. Ah. Leute, wir haben keine Teamfight-Comb, wir haben Blitz, Crank, Elise und Ezreal. Na, ich brauch ne Stundenglas, dann geht das. Das ist immer so teuer, ey. Hm. Hat null Range mit dem Schliessen. Ich glaub, da getroffen, Brickhahn. Oh, ohne Zivi. Weiß was und J-Ski hat zum Sack. Die bewegen sich extra weg, weil sie Angst haben, da kommt jetzt gleich irgendwann. Geil. Geil. Daraus kann ich was machen, mit meinem Speer. Ah, Bluboff ist was gespielt, Leute. Vom Gegner. Noch ein bisschen einmal Zivi hin, bitte. Hab ich eben schon. Na, es kommt zu meinem Blue. Habt ihr ihn? Ne, Carlos hat Gold. Ich hab ganz mal Hit. Ah, zu viele da, Lukas. Ne, nicht gerade. Mein Grooboff, Arschloch. Barron, Barron. Mist. Mist. Wie meinten die den Einsch... Du bist tot. Ich brauch unbedingt mein Stundenglas, ey, es hätte mir jetzt schon so auf den Arsch gerettet. Keine Sorge. Links, gleich hab ich links. Gleich hab ich Zivi. Ricardo, gleich hab ich Zivi. Ne, ne, ich muss weg, ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß. Na, wir müssen ihn auf den Sack gehen, Leute. Hör auf reinzuhalten, wir haben nicht so das. Wir müssen was kitschen. Wir müssen da aufhören. Na, ich hätte vorhin mein Flasch nicht verbannter sollen. Dann wäre ich weggekommen, aber der hätte mich dann mit Ulti gekriegt. Oder in Reward. Na, ein bisschen. Da ist Nein, nein, das ist meinst du hier. Da sollte man jemandem integrating gehen. Hm. Ich hab mir Leute, seine Kinkel und der Zahnarspeln. Wer bräuchte dort? Na, ich hab mir einen Blut. Na, ich kann meinst du, ich kann mich jetzt mal einen Blutchen und das. Hm? Ich hab mir einen Blutchen da auf den Blutchen. Ich hab mir einen Blutchen, ich hab mir das dazu. Wer bräuchte da? so der heftige Junglespell die die so da hat es nicht gelohnt für mich reinzugehen es ist ich brauche unbedingt beschissen stunden lassen für die flieger so ist der schausten der preis und die leute Aua, wer sind da noch gestanden? Wampi? Echt jetzt? Der Schulte, so noch. Ah, okay. Ja, Riccardo, wir brauchen dich. Nee, noch nicht, Riccardo, noch nicht. Ich bin in den Inhibitor. Warum? Ich bin hier. Was machst du jetzt? Warum hast du mich da, Alter? Nicht dein Ernst. Ah, come on. Ah, ihr Ernst? Richter mich mit der Ulti ab. Ja, einer wird gecatcht von uns. Es ist vorbei. Ah, meine Fresse. Ich glaube, ich werde krank. Echt? Scheiß Sommer. Das Immunsystem ist immer total down. Es zieht sich viel Sonne. Ganz im Ernst. Get who you are! Dadadada. So. So, preis. Danke für meinen Bluboff. Oh. Jetzt können wir eigentlich beim Rushen, ne? Mhm. Nicht so lange Nasus lebt. Wir haben immer noch keinen Zeit. Nein. Also, wir haben keine Chance Nasus einfach wegzusetzen. Oder vorher zu töten. Also, ich kann das Ding auch alleine tanken. Also, das ist nicht so das wirkliche Problem. Hm. Oh, lol. Verklickt. Oh, lol. Verklickt. mal. Hooh. Das, ob da ein Insekt reinbeißt. Leck mir Marsch. So. Du darfst nichts hooken, du darfst du einfach reglieren, wir gewinnen keinen Fight hier, ich weiß nicht warum wir immer den Fight suchen, wir haben die Speere, wir sind warten bis was tot ist und nicht immer einfach reingehen, das wird nicht klappen, auch beim Zehen mal nicht. Ich weiß nicht warum wir einfach mal, wenn wir 5 gegen 5 sind, geht immer jemand rein, das meine ich jetzt gerade gar nicht, das war jetzt gerade nicht der Fehler, der Grab auf Jace war der Fehler, aber das, der Sinn gemacht hat, war dann 3 gegen 5. Das ist so lange auf Ulti, wenn du mich diese scheiß Meckenvieh ankotzt, ne? Oh mein Fumms, das ist wirklich eine spannende Runde. Boah, das wird... Ich sag euch nur nochmal, wir können keinen Teamfight gewinnen, der Avaros steht 18-3, dann haben die noch einen... Echt jetzt, der steht 18-3? 18-4. 18-5. Ja, wenn Katus in uns drin steht, ohne so eine Ulti drüber und Masus, dann muss er nur noch hingehen und rechts klicken, dann kriegt er automatisch seinen Kick. Sie haben eine sehr, sehr gute Teamvision AG, muss man auch sagen. Nasus Luft verbettet er so in den Gage und dann geht Jace unten links rein und Varos geprügelt halt weiter von unten rauf, weil er longer in Jace ist. Ja, wir müssen auch poken, ne? Mit dem, was wir haben. Ja, poken, ja, aber jetzt nicht, dass irgendjemand stirbt. Ich hol kurz mal einen Blubuff, ich würd ihr nicht verhalten. Kann man mit dem bisschen hier Clearweins machen? Danke. Mann, Kleve, ich mach sie wie beim Ballen. Ich find's, die V müsste auch Worts aufdecken, das wär viel besser. Ja, das ist immer. Wird jetzt jeder... Wird wenigstens unsichtbare Einheiten aufdecken, für fünf Sekunden nur. Jetzt war uns auf jeden Fall der Gage schon. Gut, 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 ein bisschen weiter zurück. Oh, alter. Kann nicht sein. Jolti ist schon mal daneben. Jetzt müssen sie zurück. Time to engage, nur time to explain. Engage. Hä? Nicht engage. Warum nicht? Ist mal ein halbes Ballot. War gar nicht. Na, ich weiß nicht. So. Einer geht zurück. Wann? 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 Da waren sie. Ich hab noch 30 Sekunden auf CV. Nein, Lukas. Lukas ist tot, oder? Nee, ist er nicht. Ja. Fuck. Ich bin tot. Not even close. Das war mein Cool-Dom. Das war nur mein Cool-Dom. Ich hab's nie spannend gemacht. Das war wirklich Cool-Dom. Alter, ich bin 26 AP überlebt. GG. Das war kein Gelang, meine Damen und Herren. Das war alles geskillt und eingeplant. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Geh hinterher geflasht. Ist der kleine Greedy-Bestad, ey. Ich glaub das nicht. Äh, er hat mal einen Sperr gefressen. Ja, dachte ich. Oh, mein Gott. Hey, Team, nur Follower. Ich hab's in der Mitte vor Berlin. GGCC-Stiefel, nein. período ... Mh. Mh. ich hasse ihn ganz im Ernst sagt er Teleport okay noch Blitzkrieg und Niederle die Karte macht es schnell voll ich will mir eben voll machen ich kauf dir Home Guard wenn du kannst kann ich nicht ja das wars ich müsste doch noch rappen können boah er meint Karte gleich weil ich clear bei uns 10 Sekunden, go go, chase weiter ist aber echt komisch wie ernst die das nehmen oder also ich mein die machen das richtig so als wärs ernst also 1 Abwein kommen könnte weiter clear bei uns leute Speer tot echt? wow hi 3 haa haa so h h hey es ist nochmal durchgegangen aber wenn sie uns jetzt gleich kommen ja einfach zu fünf und töten uns ja der hat mir grad einfach die Ültie abgebaut das war schon ja Jace kam genau richtig oh mein Gott 796 Leute GG easy jetzt weiß ich nicht der L war eins oh mein Gott wenn Nasus stört das wär so ja 35 Minuten mit Tauers Daumen mein Armhörn haha so ja das war das Gretchen wir müssen mal zu fünf hier rumrennen und um die Gremse ein ja ich brauch' unbedingt Deren Blue dann nimm ihn dir ich bin hier ich hab' aber das ready wie ich nicht mehr stumm was aktivieren konnte oh GG jetzt muss Riccardo 50 Imbarspeere landen ansonsten war's das Nummer 1 haha ok bye ohhhh Riccardo komm schon ja lecke mich eigentlich die müssen den ROW treffen Riccardo learn to play ich stehe hier gerade voller unter Druck ihr Arsch gesagt ja Riccardo läuft einfach jetzt zurück man jetzt komm schon Damage ja man Riccardo ja was soll denn der Scheiß boah jetzt haben wir gestorben boah GG easy meine Damen und Herren da waren wir wieder einfach heute bis zum nächsten Mal ne 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 warte mal das war mal der T-Polish Mike bis zum nächsten Mal tschau 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 und fick dich Tio das war übrigens full CV eigentlich ziemlich wailable wie ich finde nur ja viel zu viele Fehler gemacht das hätten wir besser spielen können ich stand 12-2 ja vor dem Mic ja wieso hätte ich es denn besser spielen können also ich hab immer Gangs gemacht muss man einfach mal sagen also ich hab den kompletten Early bis mit hab ich alles dominiert alter ich hab alles dominiert over 9000 hab ich dominiert aber bis zum nächsten Mal tschau 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 tschau